Morgen startet hier das erste Sommercamp in diesem Jahr. Also, schafft ihr es noch, die Duschen neben den Blockhäusern fertig zu bauen, Bob? Ganz bestimmt, Phil. Oh, und ich hab mir überlegt, es wäre auch schön, wenn ihr eine kleine Mauer an der Ecke bauen könntet. Dort sollen die Mülltonnen hinkommen. Kein Problem. Dafür hab ich auch schon einen Plan. Das sieht ja echt super aus, Bob. Was ist dein Sommercamp? Weißt du, Buddel, in den Sommerferien fahren viele Kinder für ein paar Wochen in Camps, wo sie unterschiedliche Sachen machen können, wie Wandern oder Kanufahren. Schlafen sie in diesen Blockhütten? Ja, Buggy. Oder sie schlafen in Zelten hier draußen. Wir hatten früher so viel Spaß im Sommercamp. Oh, das klingt echt aufregend. Warst du auch in Sommercamps, Leo? Ein paar Mal war ich da und ich hab auch mit meinem Vater gezeltet. Auf geht's. Wir fangen heute mit den Duschen an, damit Mixis Beton über Nacht trocknen kann. Oh, ich freu mich schon auf die Mixerei. Also Team, können wir das schaffen? Jo, wir schaffen das! Kommt und lernt uns alle kennen, als Team sind wir der Hit. Wir haben immer viel zu tun, doch jeder hilft ja mit. Jeder ruft jetzt laut, schlag ein, jeder klatscht im Takt. Die besten Freunde helfen gern, wir geben, was wir können. Wir sind ein Team, 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 Team. Jeder ruft ganz laut, schlag ein. Hast du auch Abzeichen in den Camps gemacht, Wendy? Oh ja, ganz viele. Für Wandern, Karten lesen, Kochen, Elektronik. Was sind Abzeichen? Die bekommst du, wenn du neue Dinge ausprobierst und die Regeln dafür befolgst. Ich bin eine super Regelbefolgerin. Ich könnte haufenweise Abzeichen sammeln. So, da wären wir. Aussteigen, Sportis Hochhausen. Hallo, Onkel Phil. Hallo, Anton. Alles klar, mein Lieblingsneffe? Wir freuen uns schon auf heute Abend. Was habt ihr denn vor? Wir dürfen heute Nacht im Zelt schlafen. Oh, das klappt leider nicht. Ich gehe heute Abend mit deiner Tante zum Abendessen aus. Das müssen wir wohl verschieben, bis ich Zeit habe. Oh, schade. Ich könnte doch auf sie aufpassen. Äh, zu Onkel Phil. Okay. Wieso nicht? Oh, danke, Onkel Phil. Willst du mal sehen, wie wir vorankommen? Danke, Leo. Ich würde auch gerne mal draußen zelten. Du kannst bei uns im Mädchenzelt schlafen, wenn du willst. Oh ja, bitte, Sophie. Ich hoffe nur, dass diesmal keine fiesen Insekten in unserem Zelt sind, Mila. Insekten? Oh, solche Krabbelfiecher mag ich nicht. Letztes Mal krabbelte in Milas Schlafsack ein Ohrwurm herum. Ich habe mal eine Spinne entdeckt, kurz bevor mein Vater sie im Schlaf verschluckt hat. Wirklich? Oh, ich glaube, ich verschiebe das Zelten lieber. Mir fällt gerade ein, ich muss noch, äh, meine Räder heute Abend dringend ölen. Oh. Oh. Ich würde so gerne mit den anderen zelten. Aber ich kann diese Krabbelfiecher nicht leiden. Vielleicht sind sie aber schon längst wieder raus aus dem Zelt. Mixi, leise bitte. Ich versuche zu schlafen. Es tut mir leid, Buddel. Ich war ganz schön dumm. Nur wegen dieser ekligen Insekten-Geschichten wollte ich nicht mitzelten. Jetzt ist es zu spät dafür. Wirklich? Und wenn wir beide dahin fahren würden? Hey, ohne mich fährt keiner. Toll. Dann fahren wir alle dahin. Los. War gut. Oh, nein. Auch das noch. Ich glaube, ich esse heute Abend lieber wieder ein Thunfischbrot, Kuschel. Aber keiner wusste, dass etwas Unheimliches in den Wäldern lauerte. Und was ist dann passiert, Leo? Dort drüben ist ein Lagerfeuer. Da ist bestimmt Leo. Es rumpelte und pumpelte im Dunkeln. Und seine Augen waren so groß und leuchteten, dass man geblendet war. Und es schrie so fürchterlich, dass alle Haare weiß wurden. Über Nacht. Oh, das Geräusch mag ich nicht. Stell dich nicht so an, Buddel. Mach deine Lichter an, wenn du Angst hast. Hä? Oh. Ah. Das Ungeheuer. Ah. 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 Schnell. Alle Mann rein zu Betty. Na los. Uh. Kriegen wir jetzt alle weiße Haare? Red kein Unsinn, Anton. Und lass bitte meine Hand los. Du auch, Tim. Ich wollte nur, dass du keine Angst mehr hast, Mila. Wir bleiben lieber hier drin, bis die Ungeheuer verschwunden sind. Soll ich vielleicht deine Hand halten, Leo? Wasลrage, meine Mutter? socially ist er space. Vielleicht bist du wirklich halbant. Oh. 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 auf mich. Hilfe! Hilft mir bitte! Hilfe! Bleibt drin! Wir fahren nach Hause. Schnallt euch bitte alle an. Schnell weg von hier. Oh nein! Leo, fahr nicht weg! Lass mich nicht mit den Krabbelviechern allein. Hä? Hallo? Was tust du denn hier? Ich bin froh, dass wir zurück sind. Ich hatte solche Angst. Du auch, Mixi? Wo ist Mixi? Ist die nicht hinter dir? Nein, wir müssen zurück und nach ihr suchen. Das ist mir zu unheimlich. Wir müssen Bob aufwecken. Wach auf! Was ist denn? Wach auf! Wir haben was Dummes gemacht. Und Mixi verloren. Es tut uns echt leid, Mixi. Wir haben erst bei der Werkstatt gemerkt, dass du nicht da warst. Ist bei dir alles in Ordnung? Mir geht's gut. Aber ihm nicht. Sein Bein ist verletzt. Ich bringe ihn nachher zur Tierärztin Tina. Kannst du so lange auf ihn aufpassen? Sehr gern, Bob. Er hat auch auf mich aufgepasst und die fiesen Krabbelfiecher gefressen. Ach so. Ja! 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 Hä? 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 Wie konnte das denn nur passieren? Das waren wahrscheinlich wir, Bob. Wir müssen morgen sehr früh anfangen, sonst werden wir nicht rechtzeitig fertig, bis die ersten Gruppen kommen, die bei Phil gebucht haben. Entschuldige, Bob. Hast du gut geschlafen in deinem gemütlichen Bett, Leo? Nachts sieht alles unheimlicher aus. Das waren nur ich, Buggy und Mixi. Entschuldigen Sie das durcheinander, Herr Phil. Wir bringen alles wieder in Ordnung. Versprochen. Wir bringen alles wieder in Ordnung. Das sieht ja super aus, Bob. Toll, dass ihr rechtzeitig fertig geworden seid. Hallo? Hallo, Bob hier. Oh, die Tierärztin. Hallo, Tina. Wie geht's dem Igel? Viel besser. Das freut mich echt. Danke, Tina. Nichts zu danken. Bis dann. Bis bald. Dem Igel geht's wieder richtig gut. Dank dir, Mixi. Er kommt jetzt in eine Tierrettungsstation und von dort bringen sie ihn in den Wald, sobald sein Bein ganz verheilt ist. Wow, klasse. Wendy hat was für dich, Mixi. Das ist ein Tierschutzabzeichen. Für deine Igelbetreuung. Oh, danke schön. Toll. Jetzt habe ich ein Sommercampabzeichen, obwohl ich gar nicht gezeltet habe. Also, ihr könnt es heute Abend gern nochmal versuchen. Oh, ja, bitte. Juhu. Ui. Oh. Hallo, Bob. Was machst du denn hier? Ich will nur sicher gehen, dass nicht alle wieder Angst kriegen, wenn sie deine Gruselgeschichten hören. Oh. Das ist heiß. Oh. 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 Das ist heiß. Das ist heiß. Ich bin wirklich gespannt auf dieses Projekt, Sarah. Super gespannt, Bob Ja, klar Wir sollen für Sarah eine 100 Meter lange Seilrutsche den ganzen Hang hinunterbauen Sie muss so schnell wie möglich fertig werden Sie gehört zu meinem Freiluft-Fitnessprogramm, das heute Abend starten wird Das Team Bob lässt dich nicht im Stich, Sarah Super! Und wenn sie fertig ist, dürft ihr zuerst ins Tal runterrutschen Fabelhaft Ich saus los Ich muss noch joggen, schwimmen und turnen vor dem Mittagessen Wie sieht denn so eine Seilrutsche aus, Bob? Wir bauen eine Plattform da oben und ziehen dann das Seil den Hang runter Und unten bauen wir eine Bremse, eine Matte und ein Netz für eine weiche Landung Alles in Ordnung, Leo? Klar, alles gut, wirklich danke, Heppo Also, können wir das schaffen? Jo, wir schaffen das! Jo, wir haben eine neue Hege, eine andere Hege, eine andere Hege Kommt und lernt uns alle kenn' Als Team sind wir der Hit Wir haben immer viel zu tun Doch jeder hilft hier mit Jeder ruft jetzt laut, schlag ein, jeder klatscht im Takt Die besten Freunde helfen gern, wir geben was wir können Wir sind ein Team, 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 Team Jeder ruft ganz laut, schlag ein Gut, Buggy, wir bauen jetzt die Bremse für die Seilrutsche Du bohrst dafür Löcher schräg in den Boden, damit ich dann die Stangen so einsetzen kann Kein Problem, Bob! Oh, ich hab nur noch einen Bolzen Wir haben viele für die Plattform verbraucht So, erledigt Wendy, hier ist Bob Hallo, Bob Wir brauchen noch mehr Bolzen hier unten Ich bring welche runter Danke, Wendy Leo, meinst du, du kriegst die Plattform hier allein fertig? Ich denk schon Danke Was kommt jetzt? Tja, wir sollten jetzt diesen dicken Pfosten hier einsetzen Der ist wichtig für die Seilrutsche Na komm schon, Leo Noch ein bisschen nach links Jetzt nach rechts Jetzt ab nach uns So Und schwupp ist alles erledigt Du bist so still, Leo Was ist denn? Ich weiß nicht, ob ich wirklich ein guter Handwerker bin, Heppo Ich kann noch nicht mal so einen Pfosten allein einsetzen Das ist Unsinn Du bist der beste Lehrling überhaupt Sagst du Ich geh schnell runter zu Bob und nehm das Seil gleich mit Kommst du, Mixi? Oh, ja Ist wirklich alles in Ordnung, Leo? Du kommst mir heute so seltsam vor Nein, nein, mir geht's gut, danke Wirklich Juhu, jetzt darf ich noch mehr Beton gießen Danke, Wendy Mixi Bob, ist mit Leo alles in Ordnung? Er sieht so traurig aus Echt? Hm Ich frag mich, was er wohl hat Ich glaube, dass Leo kein Baumeister mehr sein will Was? Das hat er vorhin zu Heppo gesagt Es gibt nichts Besseres als zu bauen Bob! Ich bin hier fertig, also helfe ich Leo und Heppo Okay, Buggy Hallo, Heppo Mixi sagt, es stimmt was nicht mit Leo Ja Ah, er meint, er wäre kein guter Lehrling Ich glaub's einfach nicht Was hab ich jetzt schon wieder falsch gemacht? Was ist denn mit dem Seil los? Das hat Leo doch an der Plattform festgemacht Ähm, ich seh mal kurz nach Ach, da fehlen ja noch Bolzen Das hätte richtig gefährlich werden können Ich sollte besser kein Baumeister werden Leo, wo willst du hin? Ich glaub, ich geb auf, Heppo Bauen ist nichts für mich Was? Oh nein Leo verlässt unser Team Wir müssen sofort etwas tun, Buggy Leo Mach doch mal ne Pause Tee, Kekse, was du willst Wir bringen das hier schnell in Ordnung Am Haken Alles wird wieder gut, Leo Wirst schon sehen Verlass uns nicht Heppo, der Beton ist noch nicht trocken Oh nein Jetzt ist es noch viel schlimmer als vorher Oh, ich weiß was Ich hab's Keine Angst Euer Freund Buggy rettet den Tag Ich drück das ganze Ding wieder hoch Baby leicht Sehr gut, Buggy Schieb weiter Noch weiter Zu weit Zu weit Jetzt kracht es zusammen Das war nicht gut Was ist denn hier los? Naja Entschuldigung, Bob Was ist mit der Plattform passiert? Wir wollten alles in Ordnung bringen, weil Leo das Team verlassen will Leo verlässt was? Wo ist er? Leo? Alles okay? Was ist los? Tut mir leid, Bob Ich bin nicht bei der Sache Ist es wahr, dass du uns verlassen willst? Nein, aber Ich hab gestern einen Schultest geschrieben Ich hab dafür viel gelernt, aber es war total schwer Ich bin kein guter Handwerker Und meinetwegen ist Sarahs Seilrutsche futsch Ein Test ist doch nicht alles, Leo Wenn du weiter arbeitest und schön lernst, wirst du ein guter Baumeister Und die Seilrutsche hast du nicht kaputt gemacht Nein, das waren wir Wir wollten helfen Hm Die Pfosten sind zersplittert Das kriegen wir nicht mehr so hin, wie es war Aber vielleicht finden wir gemeinsam eine Lösung Eins, zwei, drei und eins Zwei, drei und eins Zwei, drei und eins Zwei, drei und eins Team Bob Unter Super verstehe ich ein bisschen was anderes Tja Sarah, wir hatten hier ein kleines Problemchen, aber Wir haben uns überlegt, die Seilrutsche länger zu machen und spannender Spannender? Wie? Wir verbinden das Seil mit dem Baum Der sieht stark genug aus Er wird noch auf Sicherheit geprüft Das klingt fantastisch Aber wir dürfen den Baum nicht zerstören Also könnten wir ein starkes Kabel um den Stamm herumwickeln Anstatt Bolzen hineinzubohren Aber wie kommen die Leute darauf? Mit Treppenstufen aus Holzstämmen Das klingt super spannend und freiluftig Das liebe ich Das ist echt riesig Team Bob Ein toller Einstieg für mein neues Freiluft-Fitnessprogramm Oh nein, jetzt ruft mein Lehrer mich an Mein Test muss echt schlecht gewesen sein, wenn er mich extra anruft Geh schon ran, Leo Ich will's wissen, ich will's wissen sofort Hallo Hallo, hier ist Leo Wirklich? Wirklich? Wow Dankeschön Ja, mach ich Danke, bis dann Bestanden Bestanden Ich war richtig gut Prima Echt super Gut gemacht, Leo Weißt du was, Leo? Bob musste seine Tests auf drei Mal schreiben, um zu bestehen Und jetzt schau, wie gut er alles kann Gut gemacht, Leo Ein Lehrling muss lernen, arbeiten Und er braucht Fantasie, um ein guter Baumeister zu werden Willst du immer noch unser Team verlassen? Gehst du weg, Leo? Nein, ich denke nicht, Heppo Du musst mich noch länger ertragen Okay, Leute Versprochen ist versprochen Ihr dürft die Seilrutsche als erste ausprobieren Tja Ich weiß nicht so recht Na los Das schaffst du locker Ja, das ist wie Wusch, Husch, Hui Verstehst du? Spaß Hab niemals Angst Ja Und gib niemals auf Bob, dann bin ich dran Juhu Wow Sieh's doch nur Wie groß der ist Sind wir zum Fernsehen hier? Nein, Burdel Mei Ling hat heute eine ganz besondere Aufgabe für uns Das stimmt, Bob Meine Startrampe muss fertig werden Oh, was startet von der Rampe? Guck mal genau hin Eine Rakete! Ja! Eine echte Rakete! Die saust nach oben! So! Von Hochhausen direkt ins Weltall! Stimmt genau Mei will heute ein Rekord brechen Ihr müsst wissen, sie hat die kleinste Rakete der Welt gebaut Eine echte Weltraumrakete? Eine echte Weltraumrakete? Die will ich sehen! Die will ich sehen! Die ist aber wirklich klein, Mai Sie heißt Stella und sie ist nur drei Meter lang Hallo Stella! Sie kann nicht sprechen, Burdel Ich sag trotzdem Hallo Wow! Eine echte Weltraumrakete Ich hab schon immer davon geträumt Meine eigene Rakete zu starten Und heute Nacht wird mein Traum wahr Oh! Ich hätte nie gedacht, dass ich mal einen echten Raketenstart sehe Oh, ich bin so gespannt! Vorsicht! Ups! Fahr nicht so nah ran, Heppo Stella besteht aus einer Menge hochempfindlicher Technik Entschuldigung Sag mal, Mai, wenn Stella gestartet ist, woher weißt du, wann sie wirklich im Weltraum ist? Ich verfolge sie mit dieser App hier, die ich gemacht habe Ihr müsst nämlich wissen, wenn Stella 100 Kilometer hoch geflogen ist, erreicht sie die Grenze zum Weltall Aber wie kommt Stella dann wieder hier runter? Sie fällt auf die Erde zurück, Burdel Aber sie hat bestimmt einen Fallschirm und landet sanft Das ist genau richtig, Wendy! Seht ihr? Aber der Himmel muss ganz klar sein für den Start Jetzt ist er klar, aber morgen sollen dicke Wolken am Himmel sein Darum will ich Stella unbedingt heute noch starten Kein Problem, Mai, das kriegen wir hin Also Team, zuerst graben wir eine tiefe Grube genau hier für Stellas Abgase beim Durchstarten Dann kommt die Startrampe obendrauf mit einem Stahlturm, der Stella aufrecht und startbereit hält Der ganze Bereich hier wird betoniert Und das Metall der Startrampe wird mit Wasserstrahlen gekühlt, wenn Stella abhebt Habt ihr verstanden? Oh Ähm, Heppo, hast du zugehört? Ja Ja, ja, Bob Beton, Wasser, abheben Und du hast dabei die wichtigste Aufgabe, Stella in Position zu bringen Oh, ich darf Stella auf die Startrampe heben Heppo! Ups, Entschuldigung, Mai Ich verspreche dir, ich werde sehr vorsichtig sein Keine Sorge, Stella, ich mach dich bereit für den Abflug Sie kann doch nicht sprechen, Heppo Stella darf nichts passieren, klar? Ich pass gut auf sie auf, Mai Okay, Bob, ich lass euch jetzt allein Also Team, können wir das schaffen? Yo, wir schaffen das! Kommt und lernt uns alle kennen Als Team sind wir der Hit Wir haben immer viel zu tun Doch jeder hilft dir mit Jeder ruft jetzt laut Schlag ein Jeder klatscht im Takt Die besten Freunde helfen gern Wir geben, was wir können Wir sind ein Team, 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 Team Jeder ruft ganz laut Schlag ein Kann ich Stella jetzt auf die Startrampe heben? Ja, gleich, Heppo Okay Wie wär's jetzt? Wir haben noch jede Menge Zeit, Heppo Sobald der Beton getrocknet ist, kannst du Stella hochheben Hab ein bisschen Geduld Okay, Bob Ich bin geduldig Und bereit Sehr gut Alles fertig Oh, sie sind fertig Dann hol ich schnell Stella Oh, vorsichtig Lass mich mal sehen, Heppo Ich will sie auch sehen Das geht nicht Ich muss Stella zur Startrampe bringen Oh je, oh je Warte, Heppo Noch nicht Hä? Hä? Oh, oh Oh! Vorsicht, Heppo Du zerreißt den Fallschirm Was hab ich gemacht? Sowas Dummes Oh nein! Stella! Sie ist kaputt Das tut mir schrecklich leid, Mai Ich wollte alles genau richtig machen Und nun ist alles ganz falsch Ich hab dir gesagt, du sollst noch Geduld haben, Heppo Den Rekord kann ich für immer vergessen Meine schöne Rakete liegt hier mitten im Beton Hör zu, Mai Stella wird fliegen Wir kriegen das hin Wirklich? Schafft ihr es, dass Stella wieder fliegen kann? Jo, wir schaffen das! Aber in zwei Stunden müssen wir starten Dann werden wir uns beeilen bis zum Countdown Wir schaffen das wirklich, Mai Ich weiß, ich kann auf dich zählen, Bob Okay, Heppo Zuerst holen wir Stella aus dem Beton raus Ja, Bob Langsam Vorsichtig So kann sie nicht fliegen Der ganze Beton klebt noch an ihr Dann müssen wir ihn schnell abkriegen, bevor er trocknet Vielleicht Ja, Heppo Könnten wir Stella in deiner Werkstatt mit der großen Waschanlage sauber machen? Das ist eine tolle Idee Aber vielleicht sollte Buddle sie auf seiner Ladefläche dahin bringen Das tue ich gern Ich bring sie sicher dahin Ich möchte sie fahren Ich bin an allem schuld und mach das wieder gut Aber wir haben nicht mehr viel Zeit, Heppo Es geht einfach schneller, wenn Buddle sie fährt Wenn du dich um Stella sorgst, kannst du ja mitkommen Du hast recht, Wendy Wir müssen zusammenarbeiten Dann rollen wir mal los Hm? Wir müssen zusammenarbeiten Oh, Stella, sieh doch nur, wie du glänzt für deinen großen Flug. Sie kann nicht sprechen, Buddy. Ich weiß. Wir haben noch ein Problem. Der Fallschirm ist zerrissen und wir haben keinen Ersatz. Ohne Fallschirm kann Stella nicht in den Weltraum. Wie soll sie denn sonst wieder sicher zur Erde zurückkommen? Bob, ich weiß, wie wir den Fallschirm reparieren können. Heppo, bitte ganz vorsichtig. Sehr gut gemacht. Jetzt fahren wir zum Kontrollzentrum. Seid ihr bereit für den Start? Ja! Und, fliegt Stella endlich los? Ich, ich halte es einfach nicht mehr aus. Das verstehe ich. Geduldig sein ist echt schwer, Tim. Jetzt geht's los. Alle zusammen. Zehn, neun, acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins. Oh! Na los, Stella. Du schaffst es. Brich den Rekord, kleine Rakete. Ja! Ja! Wir haben es geschafft. Und, wo ist Stella jetzt? Da! Ja! Ja! Das war wirklich eine tolle Idee, den Fallschirm mit dem Plakat zu flicken, Heppo. Du hast den Raketenstart gerettet und Stella konnte sicher landen. So wie es geplant war. Gut gemacht, Heppo. Gut gemacht, Mai. Danke schön, Bob. Stella ist eine Rekordbrecherin. Falls du noch einen Rekordbrechen magst, Mai, vielleicht könntest du eine Rakete für den ersten Kran im Weltraum bauen. Heppo, der Weltraumkran. Ein interessanter Vorschlag. Mal sehen. Ja, das könnte ich. Aber die Rakete müsste 90 Meter hoch sein und ich bräuchte eine Startrampe so groß wie Bauheim. Oh, Bob. Können wir das bauen? Warum nicht? Allerdings wird das ein bis zwei Jahre dauern. Oh, wie aufregend. Also das ist das fertige Spaßbad. Oh! Nicht getroffen. Okay, also. Ihr habt wirklich ein tolles Spaßbad für Hochhausen gebaut. Aber eine Sache fehlt noch. Die doppelte Drachenwasserrutsche. Doppelt bedeutet das Zweifache einer Sache. Also es gibt zwei Drachenwasserrutschen. Besucher können auf einer Leiter bis nach oben zum Drachenschwanz klettern und rutschen den Drachenkörper hinunter durch das Maul und landen schließlich im Schwimmbecken. Drachen sind das Beste. Hallo Leute. Kümmert euch nicht um uns. Ich zeige Tim nur den Wasserpark. Ich habe Geburtstag und ich feiere morgen eine Party hier. Ist das nicht toll? Wir müssen jetzt los. Es gibt noch eine Menge zu erledigen. Habt ihr das gehört? Wir müssen bis morgen früh fertig sein. Na los an die Arbeit. Ja! Ich freue mich schon die Rutschen zu sehen. Ich liebe Drachen. Die Lenden erscheinen das insane nochujahr que aqueles Poll찰� 안 되지wo. Wir haben immer viel zu tun. Doch jeder hilft hiermit. Jeder ruft jetzt laut, schlag ein, jeder klatscht im Takt Die besten Freunde helfen gern, wir geben, was wir können Wir sind ein Team, 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 Team Jeder ruft ganz laut, schlag ein Sehen wir mal, wer was übernimmt Buggy baut die Drachenrutschen Nein, das geht nicht, Buggy Du musst uns dabei helfen, die Stützbalken für die Rutschen zu bauen Du kannst dir die Rutschen ansehen, wenn du mit deiner Arbeit fertig bist Okay Aber ich liebe Drachen Ich finde ihre langen Flügel toll und ich liebe es, wenn sie Feuer spucken Ah, Buggy, gut, dass du kommst Wir müssen einen Graben ausheben, in den wir die Stützbalken reinstellen Kannst du bitte anfangen, hier drüben ein Loch zu graben? Aha Ich liebe die schuppige Haut von Drachen Ich liebe die Hörner auf ihren Köpfen Ist das tief genug, Wendy? Hm, nein, noch nicht ganz Siehst du, die Markierung ragt aus dem Loch raus Ja Das Loch muss so tief sein, dass die untere Markierung darin verschwindet Verstanden Wie ist das? Perfekt Und jetzt, Buggy, musst du den Graben so tief ausheben wie das Loch Sonst können die Stützbalken nicht gerade stehen Ich hole Leo, damit er dir hilft Ich treffe mich mit Schleppo Er bringt gleich die Einzelteile von der Rutsche Hm Nein, ist noch nicht tief genug Ich muss weitergraben Oh, halt, hört sich nach Schleppo an Er kommt mit den Drachenrutschen Oh, von hier aus kann ich nichts sehen Ich muss diese Drachen sehen Hey, Buggy, halt an Da sind sie Wendy hat gesagt, wir sollen dir bei den Stützbalken helfen Buggy? Los, komm Ja, ich komm ja schon Bob, auf dem Bild sieht man, dass das Schild in die Mitte vom Dach gehört Du musst es hier rüberschieben Okay Dann schiebe ich es Wow Das ist ganz schön schwer Ein kleines Stück weiter, Bob Ein bisschen weiter Noch ein bisschen weiter Oh, warte Ich glaube, das war zu weit Okay Bevor wir anfangen, muss ich überprüfen, ob der Graben tief genug ist Hm Die Markierung ragt heraus Ich bin mir nicht sicher, ob die Stützbalken darin halten Ich muss noch mal auf die Pläne gucken Hm Ich habe eine Idee Wieso fangen wir nicht an? Heppo, du lässt die Balken herab und ich bringe sie in Stellung Also, ich weiß nicht Wir sollten warten, bis Leo das überprüft hat Was, wenn der Graben nicht tief genug ist? Oh, ich bin sicher, dass er das ist Ich habe echt ewig lange gegraben Na ja Oh, komm schon Ich will die Drachen rutschen sehen Äh, okay Wenn du sicher bist Okay Sie sind drin und sind gerade Mixi, füll den Beton rein Schon unterwegs Prima Ich teste jetzt die Lichter Kannst du mal gucken, ob sie auch wirklich funktionieren? Ja, mir entgeht nichts Ich gucke genau, genau, genau Sehr gut Hallo, Tim Na, was machen deine Partypläne? Okay, Buddel, geht los Und Buddel, gehen die Lichter? Oh, äh, entschuldige, Bob Oh ja Alles klar Alles klar, okay Jetzt habe ich's, denke ich doch Dann lasst uns anfangen Fertig Und jetzt bin ich weg, um mir die Drachen anzusehen Hä? Aber der Graben War er tief genug? Buggy sagte, er war's Er hat ewig lange gegraben Oh, alles klar Ich habe die Pläne wohl nicht verstanden Sie waren verwirrend Okay Lasst uns den Turm bauen Ich liebe Drachen Ich bin schon so gespannt auf die Rutschen Oh Wow Hallo, Buggy Da du Drachen so gern hast, könntest du doch vorausfahren und aufpassen, dass Schleppo auf den letzten paar Metern nichts im Weg steht Wirklich? Soll ich? Oh, das ist so cool! Danke, Wendy Fertig, Schleppo Fertig, Buggy Okay, die Rutschenteile sind hier Heppo wird sie auf die Balken runterlassen Leo und ich werden sie dann befestigen Aha Verstanden? Alles klar Ja, Bob Okay, Heppo Fangen wir mit den Drachenköpfen an Klaro Sehr gut, Heppo So, alles erledigt Danke dir Wow Wow Das ist echt super toll Super aufregend Tja, Drachen sind die Besten Drachenkörper in Position Jetzt fehlen nur noch die Schwänze Bob, Heppo, warte, die Stützbalken brechen zusammen Oh, Heppo, beweg dich langsam weg Aber Bob, der Schwanz fällt gleich runter Oh Keine Sorge, ich fang ihn auf Leo, los runter, schnell Oh, oh Wie ist denn das passiert? Tut mir sehr leid Die Pläne haben mich so verwirrt und ich habe die Stützbalken nicht überprüft Sie waren nicht tief genug einbetoniert Nein, das ist alles meine Schuld Ich habe den Graben nicht tief genug ausgehoben Buggy, ich weiß, Stützbalken sind nicht so aufregend wie Drachen, aber Sie sind genauso wichtig Ich weiß das jetzt Ich habe meine Arbeit nicht vernünftig gemacht Es tut mir so leid Aber was sollen wir jetzt tun? Tim hat sich so auf seine Poolparty morgen gefreut Ich würde durcharbeiten, um alles in Ordnung zu bringen Und genau das werden wir auch tun, habe ich recht, Buggy Also, Tim Können wir das schaffen? Jo, wir schaffen das! Ich war jetzt nicht nur in Ordnung, dass wir uns nicht bevinden können, dass wir uns nicht bevinden können können, aber es geht immer wieder ins Ich darf ihn noch aus Du darfst zuerst, Tim. Los, es ist dein Geburtstag. Sieh mal, ich rutsche jetzt. Juhu. Das war klasse. Das ist ein Glückwunsch. Jetzt ist er als Nächste. Diese Drachenrutschen sind die besten. Ich liebe ihre gezackten Schwänze und ihre kurzen Körper. Und es gefällt mir, wie die Sportis aus dem Maul geschossen kommen. Hahaha. Ich bin pitschnass. Schnell, Weltraum-Roboter-Buddel. Bereit für den Weltraum-Flug. Bin direkt hinter dir, Weltraum-Kapitän Leo. Drei, zwei, eins, abhinten. Ihr beide habt ja viel Spaß, was? Wir spielen Weltraum-Roboter im Weltall, Bob. Das ist ein neues Computerspiel. Alle Leute spielen es. Wie schön. Aber wir haben einen langen Tag vor uns. Ihr müsst genug schlafen bis morgen früh. Oh, können wir noch ein bisschen aufbleiben, Bob, bitte? Wir haben fast die höchste Stufe erreicht. Okay. Aber vergesst nicht, ihr könnt nicht so lange schlafen wie sonst. Wir fangen morgen schon sehr früh an. Danke, Bob. Ich hab das Schlafsofa für dich fertig gemacht, Leo. Okay. Äh, ich bin so müde. Achtung, Weltraum-Roboter-Buddel. Die Galaxie braucht dich. Wach auf. Ich bin wach, Weltraum-Kapitän Leo. Oh, wir haben nur noch eine Runde vor uns. Was? Was? Ist schon morgen, kann doch nicht sein. Guten Morgen, Leo. Bereit für den großen Tag? Ich denke schon. Morgen allerseits. Na, seid ihr alle frisch und munter? Leo, sei so gut und lade die Haken und Platten auf Buddel. Äh, ja, Bob. Hallo, Freunde. Morgen, Melanie. Also, heute werden wir das Riesenrad von Hochhausen fertigstellen. Gestern haben wir das A-Gerüst gebaut und Mixi hat es einbetoniert. Und heute bauen wir das große Rad. Wir müssen es ein kleines bisschen anheben, damit es sich drehen kann. Dann müssen wir die Gondeln für die Fahrgäste anbringen. Leo, Buddel, hier kommt ihr ins Spiel. Für die Gondeln brauchen wir Haken und Metallplatten. Ihr müsst sie dort hinbringen und an die Seite stellen. Du kannst dich auf uns verlassen, Bob. Und wir haben den Sportis versprochen, dass sie als Erste aufs Riesenrad dürfen. Also dann, auf geht's. Wer zuletzt ankommt, ist eine Schubkarre. Ich fühle mich jetzt schon wie eine Schubkarre. Was ist los, Buddel? Ich bin so müde. Bitte um Erlaubnis für eine kleine Pause, Weltraumkapitän Leo. Ah, eine gute Idee. Wenn wir jetzt ein kleines Nickerchen machen, werden wir nachher topfit sein. So, die Gondeln haben wir schon mal hier. Und die gebogenen Stahlrohre für die Außenrahmen des Rades sind da drüben. Aber wo bleibt Schleppo mit den Speichen? Wir brauchen sie, damit das Rad zusammengehalten wird wie Speichen bei einem Fahrrad. Guten Morgen, Bob. Dein Wunsch ist mir befehlt. Prima, ich danke dir, Schleppo. Und jetzt warten wir nur noch auf Leo und Buddel mit den Haken und Platten. Die zwei müssten längst hier sein. Ich rufe Leo kurz an. Er geht nicht ran. Sie wurden wahrscheinlich aufgehalten. Aber wir brauchen sie, wenn wir rechtzeitig fertig sein wollen, bevor die Sportis Hochhausen hier sind. Du hast recht, Heppo. Sie werden schon bald hier sein. Ja, wir machen auf alle Fälle weiter. Heppo, du hast heute eine Menge zu heben. Ja, Bob. Wendy, du musst mir helfen, das Rad zusammenzubauen. Und Schleppo, wir brauchen die Speichen, wenn die Radrahmen fertig sind. Du kannst dich auf mich verlassen, Bob. Hier kommt das Hochhausener Riesenrad. Kommt und lernt uns alle kennen. Als Team sind wir der Hit. Wir haben immer viel zu tun. Doch jeder hilft hiermit. Jeder ruft jetzt laut. Schlag ein. Jeder klatscht im Takt. Die besten Freunde helfen gern. Wir geben, was wir können. Wir sind ein Team, 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 Team. Jeder ruft ganz laut. Schlag ein. Nächster Halt, Riesenrad Hochhausen. Und ich will, dass ihr euch gut benehmt. Oh je, sie sind ja schon hier. Ich will ganz nach oben, ganz hoch. Oh, ist das noch nicht fertig? Ähm, noch nicht ganz. Wir warten noch auf ein paar Teile. Oh. Aber dafür könnt ihr Heppo zusehen, wie er das Rad in die richtige Position bringt. Hurra! Gut, dann kommt mal hier rüber, Kinder. Okay, Heppo, es kann losgehen. Klaro. Los, Heppo, weiter. Du schaffst das. Wow! Noch ein kleines Stück. Gut gemacht, Heppo. Ja! Können wir jetzt aufs Rad? Bob hat es uns versprochen. Und Bob hält immer, was er verspricht. Noch nichts von Leo und Buddel gehört? Nein. Und ich mach mir allmählich Sorgen um sie. Ich versuch noch mal, sie anzurufen. Können wir wirklich heute mit dem Rad fahren, Wendy? Natürlich könnt ihr das, Tim. Ganz sicher. Ich weiß was. Während wir warten, könnten wir ein Spiel spielen. Ja! Lasst uns verstecken spielen. Ich zähle bis zehn und ihr versteckt euch. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Komm schon, Leo, geh ran. Sechs, sieben, acht, neunzehn. Komme! Wo seid ihr denn alle? Hallo? Leo, wo seid ihr? Wir brauchen die Haken- und Metallplatten. Und zwar sofort. Entschuldige, Bob. Wir haben kurz angehalten und sind eingeschlafen. Was? Aber keine Sorge, wir sind bald bei euch. Sobald ich Buddel aufgeweckt habe. Ihr solltet euch beeilen, weil... Ich hab Bob gefunden! Ähm, ich hab mich gar nicht versteckt, Heppo. Oh, das stimmt. Buddel, wach auf! Buddel! 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 Tja, das sind... Zehn Sicherheitshelme übereinander. Tada! Hurra! So, Leo und Buddel sind auf dem Weg. Oh! Oh! Und das ist der Grund, weshalb wir immer Sicherheitshelme auf Baustellen tragen. Ich weiß. Soll ich jetzt Heppos Hochhebenlied singen? Tja, ich hebe jeden Morgen und ich hebe jeden Abend und ich hebe jeden Nachmittag. Das verbindet den Morgen so schön mit dem Abend. Genauso funktioniert die Arbeit. Und jetzt alle! Ich... Ich schaffe es nicht, ihn aufzuwecken. Wir hätten nicht die ganze Nacht aufbleiben sollen und Welt... Das ist es! Weltraumroboter! Achtung, Weltraumroboter-Buddel! Bob, der Baumeister, braucht dich! Oh, ich bin wach! Weltraum-Kapitän Leo! Komm schon, Weltraumroboter! Wir müssen einen Bau retten! Antriebssystem auf Maximum! Hebe Dinge hoch und ich lass sie wieder runter. Ich hebe Dinge hoch und dann lass ich sie runter. Siebte Strophe. Jetzt alle! Stopp! Wieso? Weil... Ähm... Seht mal, da kommt Buddel. Ja! Bob! Hallo, Leute. Es tut mir leid, dass wir so spät hier sind. Tja, jetzt seid ihr ja da. Also, Heppo, lass uns die Gondeln anbringen. Was ist passiert? Wir haben kurz angehalten und dann sind wir eingeschlafen. Wir waren müde, weil wir die ganze Nacht Weltraumroboter im Weltall gespielt haben. Weltraumroboter im Weltall? Ja, es hat ewig bis zur höchsten Stufe gedauert. Wir lieben Weltraumroboter! Aber wir haben nie die höchste Stufe erreicht. Kannst du es uns zeigen, Leo? Ja. Ja, meinetwegen, Leo. Danke, Bob. Ja! Also dann, können wir das schaffen? Jo, wir schaffen das! Jo, wir schaffen das. Ja, 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 ja! Ja, 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 ja! Ja! Juhu! Wie cool! Ja, ja, ja! Wuhuuu! Wahnsinn! Na, Weltraumkapitän Leo, willst du auch mal mit dem Rad fahren? Oh, ich glaube auch Weltraumroboter müssen manchmal schlafen. Heute Nacht findet Hochhausens großes Halloweenfest statt. Das heißt, wir haben nur einen Tag Zeit, um alles aufzubauen. Also, hört gut zu, Team. Hier drüben bauen wir den Grill auf. Da gibt es leckeres Essen für die Gäste. Hier hinten gibt es ein Labyrinth aus Heuballen. Und hier kommt ein Stand hin, bei dem man in einer Wasserschüssel nach Äpfeln tauchen muss. Das klingt sehr, sehr seltsam. Das möchte ich zu gern sehen. Hier vorne können die Gäste Kürbisse bemalen. Und dort drüben werden wir den Eingang hinbauen. Er soll auch wie ein Kürbis aussehen. Und dann fehlt noch... Was fehlt noch? Was gibt es noch, Bob? Sag's uns! Direkt über der Festwiese schwebt ein riesengroßer, gruseliger Geist. Das gefällt mir! Wir haben nicht mehr viel Zeit, bis die Gäste hier sind. Können wir das schaffen? Jo, wir schaffen das! Oh, der Tag heute hört sich ziemlich gruselig an, finde ich. Du musst keine Angst haben. Halloween ist nicht wirklich gruselig. Da kann man eine Menge Spaß haben. Ja, das stimmt. Oh je. Ja, tidak. Meine Chocol Age of 번째 Wir haben nie Machten zu tun. Doch jeder hilft hier mit Jeder ruft jetzt laut, schlag ein Jeder klangst im Takt Die besten Freunde helfen gern Wir geben, was wir können Wir sind ein Team, 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 Team Jeder ruft ganz laut, schlag ein Ah, Heppo, da bist du ja Wärst du so nett und würdest die Geisterfigur bei Charlie abholen? Und du willst wirklich, dass ich das mache? Ja, bitte, Buddel und Buggy haben schon genug zu tun Außerdem ist dein Kran perfekt, um sie zu halten Tja, äh, ja Okay, wenn ich versuche, mich nicht zu gruseln, kann ich das schaffen Danke, Heppo, ich wusste, ich kann mich auf dich verlassen Und denk dran, es gibt nichts, wovor du dich fürchten musst Also, Leo, zuerst musst du die Holzbalken anmalen in oranger Leuchtfarbe Die leuchtet im Dunkeln, stimmt's? Wow, eine Ladung Holzbalken Und ganz viel orange Leuchtfarbe Komm, Wendy, wir müssen das Heulabyrinth aufbauen Wendy, versuchst du wie der Bob an Halloween einen Streich zu spielen? Das hat bisher noch nie geklappt Aber dieses Jahr schaffe ich es Oh, also bei mir ist es ihr gelungen Psst, das muss der Geist sein Ganz genau Charlie, du hast mich erschreckt Entschuldige, Heppo Also, der Geist kann sich von ganz allein aufblasen Zuerst ziehst du an der Schnur, dann füllt er sich mit Luft Also stoß bloß nicht gegen die Kiste Wieso? Was passiert dann? Durch ein Ruckeln kann sich die Schnur lösen Und der Geist füllt sich mit Luft, wenn du es gar nicht willst Was war das? Okay, Heppo, du kannst das schaffen Hab keine Angst, heb einfach die Kiste hoch Es geht los Ich hab doch ganz schön Angst Also jetzt schnell den Geist abliefern, sofort Heppo? Wo bist du? Ich hab die Kiste nicht verschlossen Oh, super klebriger Schleim Hm, nicht gut genug, um Bob einen Streich zu spielen Ja, das hier ist perfekt für einen Streich Damit wird er sich richtig erschrecken Sag mal, wozu sind denn diese Öffnungen im Heu? Die Leute stecken ihre Hand ins Heu Und finden dort entweder was Süßes oder was Saures Du könntest es doch gleich mal ausprobieren Irgendwas gefunden? Ja, ein Halloween-Keks Für mich gibt es halt nur Süßes Das verstehe ich nicht Du solltest... Au! 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 Ich hab keine Angst Ich hab keine Angst Ich hab keine Angst Hab ich doch, hab ich doch, hab ich doch, hab ich doch Ahhhhhhh! Hmhm, wenn das nicht reicht um Bob zu erschrecken, dann weiß ich auch nicht Hey, Bob! Wieso versuchst du es nicht an dieser Stelle nochmal? Aha. Oh, was habe ich denn hier gefunden? Ein Schokoladenapfel! Noch etwas Süßes. Wow! Ich verstehe das nicht. Die Spinne sollte eigentlich... Oh! Oh! Dieser Eingang wird echt cool! Wow! Wow! Bob! Wendy! Euer Geist ist hier! Ihr müsst euch nicht bedanken! Oh je! Oh je! Was ist das? Es sieht aus wie ein Geist! Was ist denn hier los? Es ist der Geist! Es ist der Geist! Oh nein! Oh nein! Was habe ich getan? Der Geist kommt! Ihr müsst zurückfahren! Jetzt! Oh nein! Wie kriegen wir den nur wieder? Das ist alles meine Schuld! Ich habe eine Idee! Ich habe es geschafft! Ich bin der Geisterjäger! Das hast du toll gemacht, Heppo! Es tut mir sehr leid, Bob! Ich hätte den Geist nicht fallen lassen dürfen! Ich hatte nur solche Angst! Und jetzt warst du wirklich sehr mutig! Ich bin stolz auf dich, Heppo! Danke, Bob! Ich habe neue Seile dran gemacht! So fliegt uns der Geist nicht noch einmal davon! Und die Kiste stellen wir besser an einen sicheren Ort! Dann brauchst du das hier! Charlie, es waren deine Schlüssel, die geklirrt haben! Und es war die Kiste, die geknarrt hat! Ich habe mir gruselige Dinge vorgestellt! Dabei gab es die in echt gar nicht! Ja, das stimmt, Heppo! Es gibt keinen Grund, sich an Halloween zu fürchten! Es geht um gruselige Dinge, die lustig sind! Ja, jetzt habe ich das verstanden, Klaro! Danke, Bob! Oh, oh, ich kann es gar nicht abwarten, bis das Fest anfängt! Dann lasst uns alles in Ordnung bringen! Dann lasst uns alles in Ordnung bringen! Tja, es ist alles fertig! Und Wendy hat es wieder nicht geschafft, mir einen Streich zu spielen! Hey, was passiert hier? Ich stecke fest! Ich dachte mir, der superklebrige Schleim ist vielleicht doch ganz praktisch! Hey! Leute, halt da! Da ist dein Geist! Wir haben dich reingelegt, Bob! Allerdings! Ich höre jetzt lieber auf! Ich habe mir selbst Angst angejagt! Also, was steht an, Bob? Tja, Buggy, wir helfen heute Bürgermeisterin Baugroß bei ihrem Projekt Die Helden von Hochhausen! Die Helden von Hochhausen! Was ist das? Die Bürgermeisterin möchte, dass wir etwas bauen, mit dem man die Menschen feiern kann, die etwas Besonderes für unsere Stadt gemacht haben! Wow! Das sieht cool aus! Ja, da hast du recht! Jede Person, die ausgewählt wird, bekommt ihren eigenen goldenen Stern, in dem ihr Gesicht abgebildet ist! Toll! Jedes Jahr soll ein neuer Held von Hochhausen ausgezeichnet werden und alle Sterne werden genau hier aufgestellt! Aber Wendy, auf dem Stern ist doch gar kein Bild! Ja, weil die Bürgermeisterin noch keinen ausgewählt hat! Oh, ich bin gespannt, wen sie auswählt! Hm, ich frage mich, wen ich auswählen soll! Ich bin auch ganz gespannt, Frau Bürgermeisterin! Wessen Gesicht wird auf unserem allerersten goldenen Stern zu sehen sein? Es gibt so viele fleißige Leute in Hochhausen, Herr Brauer! Da haben Sie recht! Ich bin auf der Suche nach jemandem mit Talent! Oh ja! Jemand, der ehrlich ist! Hm! Jemand, der Ideen hat! Jemand, der einen Schnurrbart hat! Oh, ich weiß es einfach nicht! Die Auswahl ist so schwer! Ich befürchte, Frau Bürgermeisterin, dass Sie sehr schnell eine Wahl treffen müssen! Charlie muss wissen, wessen Gesicht im ersten Stern erscheinen soll, damit er den Umriss rechtzeitig herstellen kann! Hm, Charlie, ja! Sagen Sie mich, überlege noch! Vielleicht sitzt die Antwort ja schon vor Ihnen! Wir sind da, gnädige Frau! Herr Brauer! Oh, ich bin schon unterwegs! Oh, ich bin schon unterwegs! Oh! Ich bin schon unterwegs! Fleißig wie immer! Herr Brauer! Oh! Okay, ihr drei reißt den alten Gehweg auf! Danach bauen wir die erhöhten Blumenbeete und verlegen die neuen sternförmigen Pflastersteine! Das wird bestimmt toll aussehen! Bob und ich kümmern uns um die Bühne, damit sie fertig ist, wenn Frau Baugroß den ersten Stern enthüllt! Also dann, Team, können wir das schaffen? Jo, wir schaffen das! Jo, wir machen das! Jo, wir machen das! Kommt und lernt uns alle kennen, das Team sind wir der Hit! Wir haben immer viel zu tun, doch jeder hilft hier mit! Jeder ruft jetzt laut, schlag ein, jeder klatscht im Takt! Die besten Freunde helfen gern, wir geben was wir können! Wir sind ein Team, 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 Team! Jeder ruft ganz laut, schlag ein! Die Bürgermeisterin hat sich also noch nicht entschieden? Ja, Charlie, ich fürchte, so ist es! Sie muss sich beeilen, sagen Sie ihr das! Sonst habe ich nicht genug Zeit, das Gesicht in den Stern einzusetzen! Keine Sorge, es wird nicht mehr lange dauern! Ich glaube, sie hat schon jemanden ins Auge gefasst! Jemand Schlaues, der allen hilft und, wenn ich es mal so sagen darf, auch wirklich gut aussieht! Oh ja, natürlich! Sie meinen Tina die Tierärztin! Sie ist wirklich eine Heldin von Hochhausen! Wie sie den Papagei von meiner Tante gesund gepflegt hat! Einfach toll! Äh? Äh! Und, wie war das Eishockey-Training, Sportis? Super! Anton ist neunmal hingefallen! Es war nur achtmal, Tim! Du kannst wohl nicht zählen! Schneid euch bitte alle an! Können wir losrollen? Ja, du kannst losrollen! Okay, es gibt auch gleich Essen! Und ihr wisst, ich komme nicht gern zu spät! Also schnell weg von hier! Oh, seht mal! Da ist Bob, der Gärtner! Was machen die da? Können wir kurz anhalten, Betty? Na schön, aber nur, weil es Bob ist! Beeilt euch, ja? Das sieht ja toll aus! Was ist das, Bob? Die Bürgermeisterin wird einen Helden von Hochhausen auswählen! Und dessen Gesicht wird in den goldenen Stern eingesetzt, sodass jeder es sehen kann! Und wer wird derjenige sein? Hä? Das wissen wir noch nicht, Tim. Aber es wird jemand sein, der sehr viel für Hochhausen getan hat. Ich weiß, wer es sein sollte! Betty! Ich? Aber, 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 ich bin doch nur ein Bus! Sophie hat recht! Du bist immer für uns da! Oh, aber natürlich! Du sorgst immer für uns! Nun ja, ich versuche es! Du bist immer pünktlich! Aber nicht heute, hä? Und deine Sitze sind so schön weich! Hm, ich bin sehr plüschig! Ja, Betty, du solltest wirklich einen goldenen Stern bekommen! Eine Sekunde! Betty ist ein Fahrzeug! Wenn ein Fahrzeug der Held von Hochhausen werden kann, dann sollte ich es sein! Du, Buggy? Ja, ich! Ich kann baggern und zerbrechen und tragen und auch bohren! Es ist ganz klar, wessen Gesicht der Stern zeigen soll! Aber dein Gesicht ist zu groß, Buggy! Es wird nicht passen! Nein! Nicht mein echtes Gesicht! Sie werden ein Bild von mir benutzen, Buddel! Oh, jetzt hab ich's verstanden! Ach, und Charlie sagt, er muss dringend wissen, wessen Gesicht der erste goldene Stern zeigen soll! Ja, ja, das weiß ich doch, Herr Brauer! Tina, hallo! Was kann ich für dich tun? Frau Bürgermeisterin, Sie suchen doch gerade den Helden von Hochhausen und ich denke, ich weiß, wer es werden sollte! Na, endlich! Es kommt nur eine Person in Frage! Das sag ich die ganze Zeit! Jenny, die Tierpflegerin! Was? Sie tut doch so viel für die Tiere! Jenny! Ja! Sie wäre eine ausgezeichnete Wahl! Ich schreibe sie auf meine Liste neben Fritti, den Koch, Sarah Zappel, Henry von Eck... Oh, und dann gibt's ja auch noch Herrn Brauer! Ich? Wirklich? Oh, das habe ich nicht erwartet! Oh ja, er kennt sicher noch andere, die ich auf die Liste setzen kann! Äh... Helm, eins, zwei, eins, zwei! Eins, zwei, eins, zwei! Klasse! Die Bürgermeisterin wird gleich hier sein, um zu sehen, ob alles fertig ist! Die Bürgermeisterin kommt? Toll! Dann kann ich ihr zeigen, weshalb ich der erste Held von Hochhausen sein sollte! Wir sind da, gnädige Frau! Danke, Philipp! Frau Bürgermeisterin, im Namen aller Sportis Hochhausen möchten wir Betty als erste Heldin von Hochhausen vorschlagen! Äh, vielen Dank, Mila! Danke an euch alle! Ich setze Betty auf die Liste! Hm... Ich finde, es sollte mein Vater sein! Erstklasse! Charlie, natürlich! Danke, Leo! Bob, möchtest du jemanden vorschlagen? Hallo, Frau Bürgermeisterin! Sehen Sie mich an! Sehen Sie, was ich alles kann! Buggie, pass auf! Wir haben die gerade erst gelegt! Und wer denkt, das war gut, für den wird's jetzt sogar noch besser! Buggie! Nein, stopp! Ach, du meine Güte! Was ist passiert? Buggie, du hast ein Stromkabel durchgetrennt! Oh, Bob! Das wollte ich nicht! Es tut mir so leid, Bürgermeisterin Baugroß! Das ist ja furchtbar! Was ist jetzt mit der Auszeichnung? Seien Sie unbesorgt! Ich bin sicher, wir kriegen das rechtzeitig wieder hin! Wendy? Sieht echt schlimm aus! Wir brauchen bis morgen, um das zu reparieren! Stimmt! Hört zu, Leute! Wenn wir wieder Licht und Ton haben wollen, müssen wir wohl den Notstrom einschalten! Wendy, Leo, Buddel, ihr wechselt die Gehwegplatten aus! Buggie und ich fahren zurück zur Werkstatt! Also dann, Team, können wir das schaffen? Jo, wir schaffen das! Oh, ich danke dir, Bob! Frau Bürgermeisterin! Uh-huh! Hm? Ach, ich mache das! Mmm? Ich mache das! 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 Test 1212 Darf ich bitten, Frau Bürgermeisterin? Meine Damen und Herren, liebe Mädchen und Jungs und Fahrzeuge. Ich freue mich, den Namen unseres allerersten Helden von Hochhausen bekannt zu geben. Es ist jemand, den ihr alle kennt und mögt. Jemand, der uns allen immer hilft und der immer da ist, wenn man ihn braucht. Und nun enthülle ich, wer auf dem allerersten Stern zu sehen ist. Danke sehr. Bob, der Baumeister! Was für eine Überraschung! Buggy hat dich vorgeschlagen. Dieses Fahrzeug ist ein Genie. Danke, Frau Bürgermeisterin. Danke an alle von euch! Ja! Ja! Juhu! Gut gemacht, Bob. Wer bekommt wohl nächstes Jahr den goldenen Stern? Nun, ich will mich ja nicht selbst loben, aber ich habe auch eine Menge für Hochhausen getan. Ich schlage wieder meinen Vater vor. Aber was ist mit Jenny? Was, ich? Nein, du solltest ihn bekommen, Tina. Nächstes Jahr sollte es unbedingt ein Fahrzeug sein. Auf alle Fälle jemand Plüschiges. Boah, sieh mal, Buggy. Da ist ein Gewitter im Anmarsch. Wow! Blitze sind was Tolles, oder, Heppo? Ähm... Aber diese Herbststürme können sehr stark sein mit viel Regen- und Wind, Buggy. Also bleibt man besser drin, wo es warm und kuschelig ist. Da hast du recht! Rein mit dir, Buggy! Oh! Der Sturm hat alles durcheinandergebracht. Die Küstenwache. Hallo? Hallo, Bob. Was will denn die Küstenwache von Bob? Der Bauheimer Leuchtturm wurde letzte Nacht vom Blitz getroffen. Das Licht ist kaputt und muss repariert werden. Oh nein! Wenn der Leuchtturm nicht leuchtet, werden die Schiffe nicht gewarnt und könnten gegen die Felsen stoßen. Deshalb fragt die Küstenwache uns, können wir das schaffen? Jo, wir schaffen das! Wir sind auf dem Weg. Hallo, Charlie. Gibt's ein Problem? Die Bootstower haben sich beim Sturm gelöst. Das Boot ist beschädigt und der Motor ist hinüber. Das ist aber sehr ärgerlich. Ach, keine große Sache. Wir reparieren alles und dann gibt's einen neuen Motor. Alfred, wir müssen los und die Ersatzteile besorgen. Wir sehen uns später. Ich finde, der Leuchtturm sieht doch gut aus. Ja, es ist alles in Ordnung, von außen jedenfalls. Siehst du die Metallspitze da oben? Das ist ein Blitzableiter. Er sorgt dafür, dass der Blitz durch den Leuchtturm durchgeht, ohne einen größeren Schaden am Gebäude anzurichten. Aber er verhindert nicht, dass der Blitz die Lichtanlage zerstört. Da ist der nächste Sturm. Wir müssen dafür sorgen, dass das Licht wieder funktioniert, bevor es dunkel wird. Die Lampe, das Glasgehäuse und die Sicherung müssen ausgetauscht werden. Und die Kabel sind auch durchgebrannt, seht nur. Was bedeutet das? Wir müssen auch ein neues Stromkabel verlegen, und zwar den ganzen Weg von Bauheim hierher. Das heißt, wir müssen das alte ausgraben. Das ist etwas für dich, Buggy. Cool, ich kann im Sand spielen. Ähm, ich meine, ich meine das Kabel ausgraben. Das Stromkabel muss irgendwo hier verlegt worden sein. Ja, da ist es. Du musst vorsichtig entlang dieser Linie graben, Buggy, und dann folgst du dem Kabel. Alles klar, Wendy. Warte auf mein Zeichen, bevor du anfängst. Das wird der beste Tag überhaupt. Warte auf mein Zeichen, bevor du anfängst. Toll gemacht, Buggy. Jetzt prüfen wir, ob auch noch alles an Ort und Stelle liegt. Danke, Heppo. Jetzt verbinden wir das alte Kabel mit dem neuen Kabel. Die Kabel sind verbunden. Jetzt ziehen wir das alte raus und verlegen das neue. Danke, Leo. Du fährst mit Buggy. Okay. Kann losgehen, Buggy. Okay, jetzt haben wir das neue Kabel mit dem Leuchtturm verbunden. Klasse. Jetzt kannst du den Graben zuschütten, Buggy. Oh ja. Ich schließe jetzt das andere Ende an. Oh, Donner. Dann werde ich gleich ganz viele Blitze sehen. Fantastisch. Und die Flut setzt auch bald ein. Oh, das ist gar nicht gut. So, jetzt hat der Leuchtturm wieder Strom. Wieso braucht Schleppo denn nur so lange mit der neuen Lampe, Wendy? Da kommt der Sturm. Oh, da ist er endlich. Entschuldige, Wendy. Eine Sturmböe hat einen Baum auf die Hauptstraße geweht. Ich musste warten, bis sie geräumt war. Ist schon gut, Schleppo. Jetzt bist du ja hier. Kann losgehen. Wir müssen uns beeilen. Leo sagt, die Flut ist schon ganz bald da. Okay, Heppo. Hoch. Noch ein bisschen. Langsam. Ähm, Bob? Unter meinen Reifen ist Wasser. Keine Sorge, Heppo. Du und Leo fahren zurück zur Küste. Aber was ist mit dir und Wendy? Wir bleiben über Nacht hier, wenn es sein muss. So lange, bis der Leuchtturm wieder funktioniert. Alles klar, Bob. Fahr los, Heppo. Beeil dich, Buggy. Die Flut kommt immer näher. Ich bin fast fertig. Das war's. Jaha. Bob und Wendy haben es geschafft. Oh. Oh, wie toll. Ich beeil mich hier und dann gehe ich Blitze gucken. Hey, sei vorsichtig, Buggy. Du hast das Stromkabel beschädigt. Oh nein, das ist eine Katastrophe. Warum war ich nicht vorsichtiger? Was sollen wir jetzt tun? Wendy ist die Einzige, die das reparieren kann. Und sie sitzt im Leuchtturm fest. Hier ist alles in Ordnung. Wahrscheinlich gibt's ein Problem an der Küste. Wir sind von der Flut eingeschlossen. Aber ich muss zurück, Bob. Nur so kann ich den Leuchtturm wieder zum Laufen bringen, bevor der Sturm hier ist. Ich hab eine Idee. Leo? Bob? Äh, es gibt ein kleines Problem mit dem Stromkasten hier bei uns. Das dachten wir uns. Wendy kann das reparieren, aber jemand muss uns mit dem Boot abholen. Aber wer würde bei dem Wetter raussegeln? Was ist mit deinem Vater? Er hat ein Motorboot. Ja, gute Idee, Buggy. Papa! Papa! Leo? Kannst du Bob und Wendy abholen? Sie stecken oben im Leuchtturm fest. Das Boot ist noch nicht repariert, Leo. Wir sind gerade erst wieder hier. Hat ewig gedauert, die neuen Teile zu finden. Und jetzt ist der Strom ausgefallen und ich kann nicht vernünftig sehen. Meine Lichter scheinen hell. Und Rebus und Alfreds auch. Wir können sie für dich einschalten. Na super. Lass uns loslegen. Wir sind auf dem Weg, Bob. Wir sehen euch noch nicht. Da sind sie ja. Ich kann nicht zu dicht an die Felsen ranfahren. Ihr müsst an Bord springen. Okay. Jetzt. Wer hätte gedacht, dass Glühbirnen wechseln so aufregend ist. Willkommen an Bord. Es ist zu dunkel, um was zu sehen. Es tut mir so leid. Das ist alles meine Schuld, Wendy. Aber ich helfe dir. Danke, Buggy. Gut gemacht, Team. Also fahren wir nach Hause. Oh. Können wir nicht hierbleiben und uns die Blitze ansehen, Bob? Ähm, von meiner schönen, sicheren, kuscheligen Garage aus. Ja, drinnen ist es besser. Eine gute Idee, Buggy. Oh, Fritti hat immer so tolle Ideen. Sein Spielcafé wird sicher ein großer Erfolg. Das hoffe ich doch sehr, Wendy. Aber nur dank eurer Hilfe. Ich dachte, du kommst später, Fritti. Oh, ich bin so aufgeregt. Ich kann's gar nicht abwarten, bis es fertig ist. Es wird doch alles bis zu meiner Party fertig, oder, Bob? Also, Team. Können wir das schaffen? Jo, wir schaffen das! Jo, wir schaffen das! Es sieht einfach fantastisch aus! Freut mich, dass es dir gefällt. In welcher Farbe sollen wir denn den Diskoraum streichen? Tja, ich dachte entweder an Rot, Blau, Grün oder Gelb. Irrt ihr das weiter? Nicht wirklich. Wir könnten ein paar Farbproben an die Wände malen, dann fällt dir die Wahl leichter. Fabelhaft! Ich such mal eine aus, wenn ich das Essen für die Party vorbeibringe. Ach ja, das Essen. Ich muss los und die Zutaten besorgen. Gibt es auch Musik bei der Party morgen? Ja, ich bringe meine Lieblings-CD mit und dann wird getanzt. Meinst du das ernst, Fritti? Du brauchst doch einen DJ. Was ist ein DJ, Wendy? Jemand, der die Musik auswählt. Er sucht die Lieder aus, die gespielt werden, und spielt sie in einer bestimmten Reihenfolge. Und die richtig guten DJs mixen die Musik. So wie Mixis gemixter Beton? Nein, das heißt, dass man zwei Lieder gleichzeitig spielt. Ich zeig's euch. Sing mal dein Lieblingslied, Fritti. Oh, okay. Oh, ich mach die besten Spaghetti. Denn der Geschmack geht ab wie Konfetti. Was sagst du dazu? Wow. Fritti, du kannst ja wirklich singen. Und hier ist eine Aufnahme von Wendy und meinem Papa. Sie haben jetzt nämlich eine Band. Und sie können richtig gut spielen. Danke, Fritti. Und mein Handy hat eine App, die Frittis Gesang und die Musik zusammen abspielt. Oh, ich mach die besten Spaghetti. Oh, das ist wirklich klasse. Könntest du solche Musikmixer auch für meine Party machen, Leo? Oh, wow. Ja, das würde ich gern. Abgemacht. Fantastisch. Au. Dann bis später, DJ Leo. Gut gemacht, Leo. Ja, das ist echt toll. Aber wir müssen jetzt weitermachen. Wendy, hilfst du mir drin mit der Küche? Kein Problem. Was soll ich tun, Bob? Du kannst Leo helfen. Geht klar, Bob. Ist alles in Ordnung, Leo? Naja, die Party ist morgen. Also hab ich nicht viel Zeit, um die Musikmixe für Fritti fertig zu kriegen. Leo, wir sind doch fast fertig. Wieso machst du das denn nicht später? Aber ich hatte gerade eine tolle Idee, Buddel. Hör mal. Oh. Ähm, vielleicht doch nicht. Ah, aber das hier. Hast du den Eingang zur Spielecke schon fertig? Entschuldige, Bob. Ich war nicht ganz bei der Sache. Okay, dann kümmere dich jetzt darum. Und danach kannst du die Farbproben für Fritti machen, ja? Alles klar, Bob. Oh, und Buddel, wenn du hier fertig bist, könntest du dann bitte den Müll wegräumen? Okay, Bob, kein Problem. Oh. Eins, zwei, drei, vier Farben für Fritti zur Auswahl. Das ist es. Ich werde nicht nur zwei Lieder mixen, sondern vier. Äh, also, wo habe ich mein Handy gelassen? Äh. Ah, da ist es ja. Okay. Ah, Bob, Wendy, mir ist da was Dummes passiert. Oh. Oh, Leo. Jetzt ist Fritti bestimmt sauer auf mich. Wie ist denn das nur passiert? Ich hatte eine tolle Idee für einen Musikmix. Und dann habe ich nicht aufgepasst und bin in die Farbe getreten. Ich weiß, dass du aufgeregt bist wegen der Musik für die Party, Leo. Aber erst ist die Arbeit hier dran. Entschuldige, Bob. Ich hätte einfach nicht so abgelenkt sein dürfen. Ich verspreche dir, das wird nicht wieder passieren. Schon gut. Aber wir müssen die Fußabdrücke übermalen, bevor Fritti zurück ist. Ich werde den Boden streiten. Nein, Leo! Oh. Was ist das? Oh, oh. Äh... Ich habe mir ein neues Muster für den Boden ausgedacht, Fritti. Äh... Hm. 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 Das sollen Fußabdrücke von einem Tänzer sein. Aber wenn es dir nicht gefällt, kann ich sie auch wieder übermalen. Nein, auf gar keinen Fall. Ich finde sie wunderschön. Du bist ein Genie, Leo. Und ihr habt mir auch bei der Farbwahl für den Discoraum geholfen. Und welche Farbe wird es? Alle Farben. Eine blaue Wand, eine rote Wand, eine grüne und eine gelbe. Wir können alles genauso machen, wie du es dir wünschst. Und ich will noch mehr Fußabdrücke. Überall. Und wir können alles auch念, was du vorst constelleten. дела, Schlagомина? Bis zum nächsten Mal. ��yll Not Gaming Also, das war doch ein super Tag heute, Freunde. Und du hattest echt eine tolle Idee. Danke, Bob. Und ich werde von jetzt an immer eins nach dem anderen machen. Das hört sich sehr vernünftig an, mein Sohn. Bist du fertig für unsere Probe, Wendy? Ja, natürlich. Aber was unserer Band noch fehlt, ist ein Sänger. Tja, ich kann nicht singen. Aber ich kann euch einen Tee kochen, während ihr probt. Klasse. Viel Glück mit deinen Musikmixen, Leo. Danke. Ich wette, du bist aufgeregt wegen morgen, Leo. Äh, ja. Du klingst aber gar nicht aufgeregt. Ich dachte, ich hätte hunderte von Ideen, Buddel. Doch jetzt, wo ich endlich Zeit habe, stelle ich fest, dass ich keine habe. Oh, Leo, ich liebe dieses Lied. Ich auch. Aber ich glaube, ich kriege nicht noch mal etwas hin, was so toll klingt. Oh. Bendy und dein Vater haben echt Talent. Ja, das haben sie. Sie sind wirklich, wirklich, wirklich gut. Oh, danke, Buddel. Du hast mich auf eine tolle Idee gebracht. Schlag ein. Au. Ups. Ich danke euch, dass ihr so fleißig wart und so tolle Ideen hattet. Immer wieder gerne, Fritti. Die Party wird bestimmt ein großer Erfolg, wenn deine Musikmixen so toll sind wie das neue Fußbodenmuster. Weißt du, Fritti, gestern habe ich gemerkt, dass es besser ist, eine Sache nach der anderen zu machen. Aber als wir hier fertig waren, hatte ich nicht genug Zeit, um die Musik zu planen. Und da hatte ich eine noch viel bessere Idee. Willst du unser Sänger sein, Fritti? Als Leo deinen Gesang mit unserer Musik gemixt hat, haben wir gemerkt, dass du perfekt dafür bist. Was hältst du davon? Lust auf deinen ersten Auftritt? Ey, ich wollte schon immer ein Rockstar sein. Du bist wirklich ein wahres Genie, Leo. Lass mich dich umarmen. Ich bin der beste Koch, darauf kannst du wetten. Sobald die Sonne aufgeht, bin ich in der Küche, um zu sehen, was geht. Mit Thunfisch, Sorbi und Schokoladenschaum. Ich koche das, was sich andere nicht trauen. Wie mein Wurst- und Marshmallow-Traum. Ich bin stolz auf dich, Leo. Es ist mutig, zuzugeben, wenn man etwas nicht kann und dann um Hilfe zu bitten, anstatt jemanden hängen zu lassen. Danke, Bob. Ich glaube, ich bleibe lieber Handwerker und lasse das mit dem DJ sein. Weißt du, du musst einfach üben. Guck dir deinen Vater und Wendy an. Ich wette, du wärst ein super DJ, wenn du in deiner Freizeit üben würdest. Vielleicht. Ich würde ja gerne noch weiterreden, aber es gibt viel zu tun. Was denn? Es ist alles fertig und ich möchte die Party genesen. Hatte ich's nicht gesagt? Da Fritti jetzt in der Band singt, müssen wir das Essen servieren und den ganzen Abwasch erledigen. Also, abwaschen oder abtrocknen. Marzipan-Reis, Orangenerflauf oder Sushi ganz heiß. Ich mische alles um jeden Preis. Sind das die neuen Spielsachen für Roland Spielzeugladen? Nein, Buddel. Die Sachen bauen wir draußen auf, damit alle Kinder sie nutzen können. Ah, da ist ja Roland. Bob, hallo. Wendy, Leo. Ich wollte schon immer einen Spielplatz mit riesigen Spielsachen eröffnen und jetzt ist es endlich soweit. Es hat uns großen Spaß gemacht, alles vorzubereiten. Ihr ahnt nicht, wie aufgeregt ich bin. Das Klettergerüst wird aussehen wie das berühmte Leiterspiel. Nur ist es jetzt kein Brettspiel mehr mit Figuren? Sondern es gibt richtige Leitern, um raufzuklettern und rutschen, um runterzurutschen. Ich finde das Puppenhaus echt super. Und es ist groß genug, sodass die Kinder richtig darin spielen können. Das wird ein riesiger Spaß. Aber wo ist mein Lieblingsstück, das große Klavier? Hm. Oh, hier gibt's auch ein Klavier. Ja, Buggy. Es ist dort drüben bei Schleppo. Es hat Tasten wie ein normales Klavier, Buggy. Aber meins ist elektronisch und es liegt direkt auf dem Boden. Mehr wie ein Keyboard. Genau, Leo. Du kennst dich wohl aus mit Musikinstrumenten. Ach, klar. Ich liebe Musik über alles. Ähm. Und wie spielt man das Keyboard-Dingsbums? Genau wie ein Klavier mit den Händenbuddel. Braucht man für ein Riesenklavier dann nicht Riesenhände? Können darauf nur echte Riesen spielen? Genau das ist das Lustige daran, Buggy. Du spielst darauf nicht mit deinen Händen, sondern mit deinen Füßen. Oh, ich hatte gehofft, ich treffe einen echten Riesen. Spielt man wirklich mit den Füßen darauf? Yep. Und es gibt einen ganz besonderen Überraschungsgast, der es später bei der Eröffnung vorführen wird. Cool. Ich freue mich, Leo, dass die Musik dich so interessiert. Und deshalb finde ich, dass du das Klavier auch zusammenbauen solltest. Meinen Sie das ernst? Wenn jemand Spaß an etwas hat, meine ich das immer ernst. Das ist eine großartige Idee, Roland. Aber bei einer so wichtigen Aufgabe braucht Leo vielleicht einen Helfer. Darf ich der Helfer sein? Ja, gern, Buggy. Danke, dass du Leo hilfst. Aber ich brauche gar keine Hilfe, Bob. Brauchst du auch nicht, Leo. Sieh mal, hier ist die Anleitung, wie das Klavier aufgebaut wird. Nur falls du nicht weiter beißt. Kann ich mal sehen. Mit Musik kenne ich mich aus. Hm. Warum sind auf der Anleitung Nummern von 1 bis 40 drauf? Äh, weil das die Anzahl der Tasten auf dem Klavier ist? Absolut richtig, Leo. Es gibt 40 Tasten. Und jede Taste macht einen anderen Ton, Buggy. Du bist der Richtige für die Aufgabe. Aber jetzt muss ich wieder zurück in mein Spielzeug laden. In Ordnung. Also, Leo und Buggy bauen das Klavier zusammen und ich baue mit dem Rest des Teams die anderen Spielgeräte auf. Klaro. Also, ihr beiden wisst, wie man das Klavier zusammenbaut? Wir haben die Anleitung, falls wir nicht weiter wissen. Es sieht aus wie ein großes Puzzlebob. Und ich bin ein großartiger Puzzler. Na, das höre ich gern. Wenn ihr Hilfe braucht, ruft ihr mich, okay? Also dann, sehen wir uns die Klavierteile mal genauer an. Das hier ist bestimmt der untere Teil. Ja. Und das sind die Tasten. Warum sind da weiße und schwarze? Ich dachte, du weißt so viel über Musik. Das tue ich auch, aber nicht alles. Die schwarzen Tasten machen andere Töne als die weißen Tasten. Ah, du kennst dich echt aus. Du kannst die Tasten jetzt hier rüberbringen, Buggy. Schon unterwegs. Hm. Wozu mögen diese Nummern gut sein? Ach ja, das ist bestimmt, um sicherzugehen, dass alle 40 Tasten geliefert wurden. Ähm. Buggy, du hast alle durcheinandergebracht. Jetzt brauche ich doch die Anleitung. Äh, wo ist sie? Die liegt dort drüben, aber wir brauchen sie nicht. Sieh mal, das ist babyleicht. Man sieht an den Formen auf der Unterseite, wohin die Tasten gehören. Oh ja, die beiden haben dieselbe Form. Sie kommen dahin, wo sie reinpassen. Es ist ein Puzzle, das habe ich gleich gesagt. Guter Einfall, Buggy. Könnt ihr beide jetzt anfangen? Na klar doch, Bob. Können wir das schaffen? Jo, wir schaffen das! Jo, wir machen das! Oh, das sieht ja perfekt aus! Und es klingt... ganz furchtbar! Oh. Oh, Leo. Was ist passiert, Leo? Na ja, Buggy hat die Tasten durcheinandergebracht. Hä? Ich habe doch gesagt, ich brauche die Anleitung. Ich habe gesagt, du kennst dich mit Musik aus. Das solltest du nicht sagen, wenn du keine Ahnung hast. Immerhin habe ich den Unterschied zwischen schwarzen und weißen Tasten gewusst. Halt, halt, ihr beiden! Das reicht! Soll ich meinen Ehrengast lieber ausladen, Bob? Nein, nein, das ist nicht nötig. Wir kriegen das hin, Roland. Seid ihr ganz sicher? Absolut sicher. Also, jetzt ohne Streitereien. Was ist da passiert? Ich habe etwas übertrieben, als ich Roland gesagt habe, dass ich mich gut mit Musik auskenne. Ich dachte, ich verstehe mehr davon, als ich es tue. Tut mir leid, Wendy. Entschuldige, Bob. Aber wieso habt ihr nicht die Anleitung benutzt? Das Klavier sah aus wie ein großes Puzzle. Darum dachte ich, wir brauchen sie nicht. Ich habe mich echt getäuscht. Wusstet ihr nicht, dass die Tasten zwar gleich aussehen, aber unterschiedlich klingen? Jetzt wissen wir es. Jede Taste hat ihren eigenen Platz und da muss sie auch hin, damit es schön klingt. Kannst du die Anleitung holen, Buggy? Ja, Bob. Siehst du, unter allen Tasten sind Nummern aufgemalt. Ich habe sie! Gut gemacht, Buggy. Dann müssen wir jetzt alles so machen, wie es hier steht. Oh, Bob, das kriegen wir diesmal hin, ganz ehrlich. Aber zuerst sagen wir Roland Bescheid, dass wir es in Ordnung bringen. Es tut uns so leid, Herr Süß. Wir hätten die Anleitung lesen sollen. Aber jetzt machen wir es ordentlich. Dann muss ich meinem Überraschungsgast also nicht absagen? Nein! Verraten Sie uns, wer es ist? Nein, sonst ist es ja keine Überraschung mehr. Aber er wird jeden Moment hier sein, also... Schafft ihr es, mein Klavier zu reparieren? Jo, wir schaffen das! Und dann können wir es, wie sea, ein Blatt! Jawohl, nein! Wir haben rot! Wir haben nicht gewidemt oder? Wir machen nur so, wie sie es tut. Das sieht fantastisch aus. Ich danke euch allen. Leo? Juhu! Ja! Hey, die Sportis Hochhausen sind da. Wow! Das ist ja sowas von obercool. Cooler als ich? Unmöglich! Ah, sie sind Simon de Sousa aus der Traumtanzshow. Wahnsinn. Sie, so ist es. Das bin ich, junges Fräulein. Das ist meine Lieblingstanzshow im Fernsehen. Darf ich euch meinen Ehrengast vorstellen? Ich musste unbedingt jemanden finden, der die Musik in den Füßen hat. Und so rief Roland mich an. Denn ich bin nicht nur ein ausgezeichneter Tänzer, sondern auch ein hervorragender Pianist dazu. Können Sie uns was vorführen, Senior de Sousa? Ja! Ja! Gut gemacht. Fabelhaft. Wollt ihr vor der Eröffnung noch die Spielgeräte ausprobieren? Oh ja, bitte. Dann gehe ich ins Puppenhaus. Ja! Juhu! Ja! Darf ich auch mal? Auf mein Zeichen. Spring aufs hohe C, okay? Du weißt, welche Note das ist? Klar! Oh, oh. Entschuldigung. Das war nicht das hohe C, oder, Wendy? Äh, nein. Ganz bestimmt nicht. Ich glaube, ich gehe lieber zum Leiterspiel. Das kann ich wirklich. Freundliche kleine Kerlchen, was? Hey, Jungs. Hallo, Fischlis. Hallo, Fisch. Hallo, Fischlis. Schön, dass ihr da seid. Wartet nur, bis der neueste Bewohner des Meereszentrums hier eintrifft. Oh, ist es ein Seepferdchen, Tina? Oder ein Buckelwal? Oder vielleicht eine Riesenkrake? Nein, es ist ein weiblicher Tigerhai. Heißt das, sie ist halb Tiger und halb Hai? Nein, Buddel. Ein Tigerhai hat ein Streifenmuster auf seiner Haut. Fast wie ein Tiger. Deshalb heißt er so. Die Streifen helfen ihm, sich zu tarnen, damit er von größeren Fischen nicht entdeckt wird, wenn er noch klein ist. Werden wir noch hier sein, wenn der Hai ankommt? Du brauchst keine Angst vor dem Hai zu haben, Leo. Wer hat gesagt, dass ich Angst habe? Hilft es dir, wenn ich dir sage, dass der Tigerhai noch ein Baby ist? Ich wollte immer ein Hundebaby zum Spielen haben. Ein junger Hai ist natürlich kein Haustier. Aber eins hat er mit einem Hundewelpen gemeinsam. Beide essen Fleisch. Der Hai bekommt ein schönes, großes Aquarium von uns, in dem er schwimmen kann. Und wir müssen es fertig haben, bevor er kommt und die Fütterungszeit heute Abend beginnt. Das Aquariumbecken muss aussehen wie das Meer, damit er sich wie zu Hause fühlt. Also, Team, können wir das schaffen? Jo, wir schaffen das! Das Aquariumbecken muss aussehen wie das Meer, mit einem Hundewelpen. Kommt und lernt uns alle kennen, als Team sind wir der Hit. Wir haben dem Mann viel zu tun, doch jeder hilft dir mit. Jeder ruft jetzt laut, schlag ein, jeder klatscht im Takt. Die besten Freunde helfen gern, wir geben, was wir können. Wir sind ein Team, 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 Team. Jeder ruft ganz laut, schlag ein. Das Haiweifchen ist im Hafen von Hochhausen angekommen. Könnt ihr sie dort abholen? Aber klar doch. Ich muss nur die richtigen Fahrzeuge dafür auswählen. Nimm mich, Bob! Ich helfe dir mit dem Baby! Nimm mich, 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 mich! Äpfel, wir brauchen dich, wenn wir den Hai hochheben. Oh, das ist aufregend! Und Buddel, du kannst sie in einem Becken in deiner Ladefläche transportieren. Oh, ich kann's nicht abwarten. Das ist wirklich der allerbeste Tag meines Lebens. Darf ich auch mit, Bob? Bitte? Und, äh, tja, wenn du hier mit deiner Arbeit fertig bist... Ja! Fertig! Also gut, fahr schon los. Ja! Aber mach keinen Unsinn, versprochen? Versprochen! Ich freue mich schon auf das neue Haustier. Es ist kein Haustier. Sehr gut, Heppo. Zieh sie schön langsam nach oben. Wie soll sie denn heißen? Wie wär's mit Kapitänin Blub? Oder Prinzessin Spitznase. Fräulein Flinke Flosse. Wow! Sie ist so streifig. Perfekt! Hallo, Streifi! Ich bin Buggy, dein neuer bester Freund. Wir werden so viel Spaß zusammen haben. Ich zeig dir den Park. Wir spielen Ball. Okay, ihr zwei. Heppo und ich müssen zurück, um Bob zu helfen. Könnt ihr auf den Hai aufpassen? Und denkt dran, schön langsam und vorsichtig mit ihm zum Meereszentrum zurückfahren. Dann ist nämlich Fütterungszeit. Alles klar. Kein Problem, Tina. Hast du gehört, Buddel? Tina möchte, dass wir Streifi ihr neues Zuhause zeigen. Hm? Ich dachte, sie hätte gesagt, wir sollen sie direkt zum Meereszentrum bringen. Aber Tina hat auch gesagt, dass wir auf Streifi aufpassen sollen. Und ein Haustier sollte immer ausreichend Auslauf bekommen. Komm schon, los geht's! Ähm. Also, na gut. Und das ist Bobs Werkstatt, wo wir wohnen. Und guck mal, das ist Bobs Katze. Sie hat auch Streifen. Sag Hallo, Kuschel! Und denken Sie an meinen Yoga-Kurs. Und das ist Bürgermeisterin Baugroß. Sie leitet unsere Stadt. Äh? Was gucken Sie denn so, Herr Brauer? Herr Brauer? Hi! Ist alles in Ordnung mit Ihnen? Brauchen Sie eine Tasse Tee? Äh. Danke, Heppo. Oh, Leo, kannst du bitte die Bohrmaschine holen? Ich hab sie drinnen liegen lassen. Äh. Da drinnen sind hoffentlich keine Haie, oder? Nicht, dass ich wüsste. Ah! Keine Angst, Leo. Das ist nur ein Stofftier. Siehst du? Oh. Hm. Ja. Glaub mir, es gibt wirklich keinen Grund für dich, Angst zu haben. Ich verspreche dir, du wirst den Tigerhai lieben, wenn er erst hier ist. Ich frage mich, wo er nur bleibt. Hey, da ist Sophie. Oh, wow. Tim, guck dir das mal an. Wie cool ist das? Aha. Das ist unser Haustierhai. Abgefahren. Echt super. Kann er irgendwelche Tricks? Was für Tricks? So wie das hier. Komm, Oskar, gib Pfötchen. Gib laut. Oh. Und jetzt eine Rolle. Gut gemacht. Äh. Streifi, gib Flösschen. Oh. Ihr fehlt nur ein bisschen Übung. Streifi, sprich. Vielleicht ist sie nur schüchtern. Streifi, mach eine Rolle. Oh, ich weiß was. Streifi, schwimm jetzt im Kreis. Sehr gut. Braves Mädchen. Schlaues Fischlein. Nicht schlecht. Aber kann sie auch einen Ball holen? Ja, sie ist toll im Ball holen. Guck. Streifi, hol. Psst, Muddel. Hilf mir. Ich? Oh, hab verstanden. Gut gemacht. Das war lustig. Nochmal. Nochmal. Hihihi. Oh, oh. Oh. Oh nein. Oh. Ich steck fest. Alles fertig. Sobald wir das Wasser hineingefüllt haben, können wir den Hai ins Aquarium setzen. Er müsste eigentlich längst hier sein. Leo, du nimmst Heppe und siehst nach, wo die anderen bleiben. Warum denn ausgerechnet ich? Der Hai ist jetzt bestimmt sehr hungrig. Oh nein. Es ist schon spät. Wir müssen Streifi zum Iriszentrum bringen. Es ist Fütterungszeit. Komm schon, Budddel. Ich versuch's ja. Versuch's noch mehr. Oh. War vielleicht keine gute Idee, mit Streifi durch die Stadt zu fahren. Buggy. Heppo. Leo. Schnell. Wir brauchen eure Hilfe. Oh, ich höre schon, wie ihr Magen knurrt. Das ist nur mein Motor. Du musst keine Angst vor Streifi haben, Leo. Guck. Oh. Sie ist so süß. Und hungrig. Wir müssen Budddel befreien und Streifi schnell zum Meereszentrum bringen. Heppo, runter mit dem Haken. Leo, mach ihn an Buddels Schaufel fest. Streifi. Schwimm weiter im Kreis. Gut so. Also Team, können wir das schaffen? Jo, wir schaffen das. Können wir uns. Ach, na endlich. Wo seid ihr gewesen? Wir, äh, haben ihr die Stadt gezeigt. Es tut mir leid, Tina, wir hätten sie direkt herbringen sollen. Darf ich vorstellen, das ist Streifi. Oh, ist sie nicht klasse? Okay, Team, dann wollen wir Streifi mal ins Becken lassen. Und hoch mit ihr. Sehr gut, Heppo. Schön langsam. Ja! Das im Kreis Schwimmen hat sie von mir. Und jetzt muss sie nur noch lernen, Bob die Hausschuhe zu bringen. Die hole ich mir lieber selbst. Also gut, Leute. Heute bauen wir für Charlie die neue Autowaschanlage. Entschuldigung, hier kommt die Walze. Entschuldige, Rollo. Ich wollte sagen, die Autos fahren hier rein. Das Waschportal bewegt sich über das Fahrzeug. Die Bürsten drehen sich und putzen es und dann... Tütüt! Entschuldigung, ich hab was vergessen. Dann kommt das saubere Fahrzeug hier raus und fährt weg. Oh, das klingt nach einem Riesenspaß. Darf ich da auch mal rein? Das glaub ich nicht, Buddel. Dafür bist du viel zu groß. Das stimmt, Heppo. Die Waschanlage wäscht nur Autos und Transporter. Entschuldigung, ich muss hier noch mal durchrollen. Brauchst du mehr Asphalt, Rollo? Ja, bitte sehr, Buddel. Los geht's. Und fertig. Hurra! Nein, nein, ich hab noch was vergessen. Hm. Hm, Rollo macht seine Arbeit echt perfekt, nicht wahr? Manchmal macht er sie allerdings ein bisschen zu perfekt. Bob, ich hab gedacht, ich kann meine Waschanlage jetzt laufen lassen. Tut mir leid, Charlie. Rollo muss noch walzen. Hier läuft nichts. Das Wasser und der Strom sind immer noch abgeschaltet. Die Leute können noch nicht mal tanken. Okay, Leute. Erledigt. Der Asphalt ist platt. Ja! Ein Glück. Also, wenn wir den Zeitplan einhalten wollen, müssen wir uns beeilen. Wendi, Leo und Heppo, ihr baut das Waschportal zusammen und setzt es dann in diese Schienen ein. Ja, da. Leo, du sorgst dann dafür, dass das Wasser angeschlossen wird. Hab verstanden, Bob. Wendi, die Kontrollsäule kommt genau hierhin. Kapiert. Bob, soll ich noch mal über den Asphalt rollen? Ähm, nicht nötig, Rollo. Das reicht. Also, gut, Team. Auf geht's. Können wir... Oh, was ist jetzt wieder? Hallo, Philipp. Guten Morgen, Charlie. Charlie, ist die Anlage geöffnet? Es hat sich etwas verzögert, Frau Bürgermeisterin. Aber es ist doch geplant, dass Philipp als erster Wagen durch die Waschanlage fahren soll. Ist es nicht so, Philipp? Soweit ich mich erinnere, hab ich die Ehre. So steht es im Terminkalender. Es dauert nicht mehr sehr lange. Können Sie später noch mal wiederkommen? Später noch mal wiederkommen? Dann schaffen wir es nicht rechtzeitig zur Gärtnerversammlung. Und wenn wir zu spät zur Gärtnerversammlung kommen, verspäten wir uns beim LKW-Fahrertreffen. Und wenn wir zu spät zum LKW-Fahrertreffen kommen... Wir kommen gleich wieder. War los, Philipp. Ja, gern. Und jetzt bauen wir endlich eine automatische Autowaschanlage. Können wir das schaffen? Jo, wir schaffen das! Kommt und lernt uns alle kennen Als Team sind wir der Hit Wir haben immer viel zu tun Doch jeder hilft dir mit Jeder ruft jetzt auf Schlag ein Jeder klatscht im Takt Die besten Freunde helfen gern Wir geben, was wir können Wir sind ein Team, 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 Team Jeder ruft ganz auf Schlag ein Also das nenne ich eine ordentliche Waschanlage. Kann ich jetzt meine Werkstatt öffnen? Wir machen nur noch einen Test, Charlie. Das grüne Dreieck heißt Start Das rote Quadrat heißt Stopp Und der blaue Kreis heißt Bereit Aha, so kann man das Waschprogramm wieder auf Anfang setzen Stimmt's, Wendy? Ja, Heppo, du hast völlig recht Außerdem kann man damit auch einen Testlauf machen Den starten wir jetzt Charlie, machst du das für uns? Es ist mir eine Ehre, Bob Wie aufregend! Das ist die Vorwäsche Oh, fantastisch! Alles läuft gut Die Bürsten drehen sich exakt über ihre Achsen Das Waschportal gleitet über die Schienen Was ist das? Der Reinigungsschaum Der ist wie Shampoo für die Autos Und jetzt wird nochmal gespült Wow Fantastisch! Ich danke euch allen Jetzt muss ich aber schnell meine Benzinpumpen anstellen Dann können die Kunden wiederkommen Halt, wartet bitte mal Ich muss nochmal über den Asphalt rollen Wieso denn, Rollo? Ich hab etwas vergessen Und ich befürchte, es könnten kleine Asphaltteilchen in die neue Waschanlage geraten Oh je, das hört sich nicht gut an Die könnten im Waschportal landen Und dann geht es vielleicht kaputt Die ganze Waschanlage? Schon gut, schon gut Jetzt pass mal auf, Rollo Leo macht noch einen Testlauf nur für dich Dann kannst du von hier aus alles prüfen Und wenn sich ein Stückchen Asphalt löst Kannst du nochmal drüber rollen Danke, Bob Leo? Alles klar, Bob Nicht zu dicht ranfahren, Buddel Okay, grün ist zum Starten Oh, oh, ich sehe da hinten losen Asphalt Wo? Dort Kleines Stückchen Asphalt Neben dem Rohr Die rolle ich sofort platt Nein, Rollo Nicht während die Anlage läuft Dauert nur einen Moment Rollo, komm zurück Oh je, ich setz lieber zurück Rollo, pass auf Halt Oh nein Fahr vorwärts, Rollo Vorwärts Zurück, Rollo Zurück Oh nein Oh Hilfe Hilf mir doch niemand Oh je Ganz ruhig, Rollo Wir holen dich da schnell wieder raus Oh nein Wie konnte das passieren? Das war meine Schuld Ich habe nicht auf Leo gehört Und bin reingefahren Als die Anlage noch lief Ich wollte schnell walzen Und habe nicht nachgedacht Jetzt habe ich alles kaputt gemacht Das tut mir alles so schrecklich leid Kann man das wieder hinbekommen, Bob? Aber natürlich, Charlie Zuerst holen wir Rollo aus dem Waschportal raus Ich komme allein raus, Bob Langsam, Rollo Langsam Jetzt sehen wir mal nach Die Bürsten sind rausgesprungen Die bekommen wir wieder rein Das Portal scheint in Ordnung zu sein Aber wir brauchen eine neue Kontrollsäule Ich glaube, Schleppo hat Ersatzteile hier gelassen Ich sehe mal nach Gut Jetzt müssen wir noch das mit dem Wasser in Ordnung bringen Was? Übernehme ich Das ist auch eine Möglichkeit, es zu stoppen Danke, Rollo Okay, also Team Können wir das schaffen? Jo, wir schaffen das! Jo, wir brauchen das mit dem Wasser in Ordnung Na, das sieht ja schon viel besser aus. Funktioniert es auch? Wenn sich das Portal jetzt wieder zurückfährt, sind wir auf der sicheren Seite. Juppa! So gut wie neu. So, Charlie, jetzt werfen wir deine Benzinpumpen wieder an. Wir sind sehr am Eile, Charlie. Wir fahren nur schnell durch, wenn das in Ordnung ist. Wie aufregend. Wir sind Ihre allerersten Kunden. Aber Sie haben Ihre Fenster nicht geschlossen. Frau Bürgermeisterin, Ihre Fenster! Ja, die sind elektrisch. Oh! Frau, schließen Sie die Fenster und beeilen Sie sich! Oh! Oh! Oh, nein! Das war nicht vorgesehen. Du musst den blauen Knopf drücken, wenn die Anlage zurückfahren soll. Oh! Na ja, es hat ja auch was Gutes. Philipp ist jetzt sauber. Ich schäume vor Glück, Bob. Nun tun Sie doch endlich etwas am Rauer. Ui! Bob! Soll ich den Asphalt noch einmal walzen? Nein! Bis zum nächsten Mal.